Hallo, mein Name ist Romy. Ich sitze hier in der Marburger Stadtbücherei und ich lese euch heute etwas zu Kinderrechten vor aus dem Buch Justine und die Kinderrechte. Und jetzt sage ich euch noch kurz, worum es ungefähr gehen wird. Justine und ihr Katerfreund Joschi haben eine ganz besondere Aufgabe. Die Mission Kinderrechte. Die beiden sind stets im Auftrag der Kinder unterwegs. Denn wo immer die Rechte der Kinder nicht geachtet werden, wo immer die Großen die Kleinen mal wieder einfach übersehen, da tauchen Justine und Joschi auf und sorgen schwupp dafür, dass sich daran schnellstens etwas ändert. Natürlich können sie das nur, wenn ganz ganz viele Kinder ihnen dabei behilflich sind. Denn nur gemeinsam wird es gelingen, die Rechte der Kinder bekannt zu machen und dafür zu sorgen, dass sie auch eingehalten werden.